Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wrath zusammen mit The Snake. Moin moin. So, wir sind auf dem Weg Richtung der Insel, der nächsten. Insel, Insel, juhuhu. Wir werden noch eine kleine Insel, wo man eben schnell kurz anhalten könnte, um einmal nach Schätzen zu suchen. Ah. Weil wir ja auch noch Titan bräuchten. Oder zumindest hätte ich gerne noch ein bisschen Titan. Ja. Nächstes Ziel wäre nämlich der Bioreaktor. Für mich. Ja. Dass wir den vielleicht noch bauen. Ähm. Genau. Drehe ich jetzt einmal so, dass wir gleich wieder auf Kurs sind. Anker kommt runter, Motor aus. Das Stückchen kann ich auch eben schwimmen. Ja. Falls nötig. Ja, ja. So. Hatte gerade ein stärkeres Signal. Da ist es. Was ist es? Müll. Tickie. 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 Oh, okay. Oh. So. Ja, nebenbei machen wir gerade noch Bioreaktor. Oder besser gesagt, wir feuern gerade den Bioreaktor wieder an, wegen Treibstoff. Wir haben ja jetzt ziemlich viel Treibstoff auch verwendet, verbraucht. Wie wollen wir das so nennen? Ich würde es eher sagen, verbraucht. Ecke Feuer halt, ja. Aber trotzdem nicht schlecht gewesen. Bis jetzt. Wenn wir hier schon sind, dann sammeln wir auch noch gleich ein. Könnten auch gleich noch ein bisschen was machen, oder besser gesagt weiterbauen. Und ich wollte hier noch einen Motor einbauen. Das war noch mal eine Überlegung. Damit wir vielleicht ein bisschen mehr Kraft hinter den Grenzen haben. Start the engine. Ja. Hier bin ich hängen geblieben? Ja, natürlich. Aber ich kann das noch nicht so richtig einschätzen mit den kleinen Auslegern hinten. Ja, ja. Kommt noch. Ja. Genau das. Denken wir uns zwei einfach mal raus. Dann müssen wir gleich nach links drehen. Wenn wir ein bisschen von der Insel weg sind. Da sind wir. So. Und dann nur noch Kurs halten. Und dann kommen wir auch zu der nächsten Insel an. Das ist doch nett. Das haben wir schon mal. Ich wollte noch einen Motor bauen, sagte ich ja. Also zwei besser gesagt. Ja, besser ist. Dafür brauchen wir halt zehnmal Eisen. Zehnmal Eisen. Das ist klar. Und zwei Leiterplatten müssen wir noch nehmen. Die hatten wir glaube ich schon. Da ist glaube ich nur noch eine da. Ja, eine hatten wir noch. Ich habe noch eine. Nach stehe ich ja. Ein Mangosamen habe ich hier noch in der Tasche gehabt. Na ja, eine Leiterplatte ist ja nicht schwer zu umherstellen. Das war glaube ich Kopfer und Glibber. Ja. So, ähm, wieso? Einmal herstellen. Zack. Ähm, so. Jetzt brauchen wir nur noch für den netten Motoren eine Seile. Insgesamt zehn Seile. Gehen wir einfach mal in unsere Seilkiste. Machen wir eben zweimal auf Herstellen. Haben wir das auch hinter uns. Natürlich habe ich jetzt Durst unterwegs, oder? Nach unten. War klar. Hattest du die Bienen schon gemacht? Ne, hatte ich noch nicht. Ah. Frage hier nur. Ist halt die Frage. Kriegen wir das überhaupt hin? Oder geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Weil die Stützpfeiler ja hier sind, ne? Ja. Sonst? Müsste man ausprobieren, würde ich sagen. Ja, ich kann die drei Bretter da wegschlagen. Wo ich es halt hinhaben muss. Ja. Nur ich hab halt Angst, dass halt gleich das wegkracht und dann Sachen verschwinden. Das wird nicht. Das wäre natürlich nicht so lustig. Klappt nicht. Klappt nicht. Ah, ich hätte schon gesehen. In Not bauen wir das hinten irgendwo an. Oder müssten das hinten anbauen. Okay. Eigentlich waren dann die Motoren gerade sinnlos. Wir können ja mal was gucken. Wir können was gucken. Hör auf die. Halt, 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 halt. Hinter dir. Ich hab was für dich. Oh, was zu trinken. Ja. Haben wir nicht auf dieser Insel? Keine Ahnung. Ja, war ich. Merken wir ja nicht auf welchen Inselwege wir so sind. Ja. Ich bin ziemlich gut gefahren. Wir haben schon fast zwei Stacks Dings, ne? Zwei Stacks? Ja, von den komischen Würfeln. Ich will ja nicht sagen, dass wir uns im Kreis die ganze Zeit gedreht haben, aber wir haben uns im Kreis gedreht. Okay. So, Treibstoffleitung hatten wir doch auch noch, ne? Ja, irgendwo war noch eine drin, ja. Äh. Da. Da hatten wir die. Ich wollte mal gucken, ob wir die durch die Wand legen können. Die Leitung. Ja. Einfach mal so. Nein, natürlich nicht. Ja, auch zu einfach, ne? Definitiv. Schade. Schade, schade. Ja, wie regel ich das jetzt mit den Motoren? Kann ich dir auch nicht sagen. Hätte ich sonst nach hinten draus gebaut? An den Seiten. Ja, oder rechts und links neben dem Anker. Oder so. Ja, wäre ja nach hinten raus, aber... Das Problem, was ich halt dabei habe, ist halt, dass die Leitung nicht durch die Wände durchgeleitet werden könnte. Ja. Gedeutet, wir müssten eine Wand abreißen. Ja. Hm. Hier voreinklemmen geht auch nicht. Es ist doof. Dann muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich packe die jetzt erstmal nochmal zur Seite. Erstmal hier mit rein. Natürlich auch die Treibstoffleitungen kommen da mit rein. Macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber überlege. Ich glaube, besser gesagt, da stehe und die nicht bauen kann. Wir kommen auf einmal nicht mehr vorwärts. Weiß es nicht. Die Motoren sind an. Weißt du warum? Ja? Geht gleich weiter. Ah. Ich sehe es. Jut, ne? Hast du es geplündert? Ja, ne? Ja. Das sage ich ja, geht gleich weiter. Habe ich gerade so nicht gesehen? Wieso kommen wir nicht weiter? Was mich ja wundert, ist, dass wir das mit unserem riesigen Floß nicht einfach beiseite schieben. Ja. Also eigentlich sind wir so der Eisbrecher unter den Flößen. Ja. Äh, ist schon witzig. Definitiv. Dann holt es mir doch gleich mal nochmal wieder ein bisschen die Pflanzen ab. Der Snake, der kümmert sich ja meistens unten richtig intensiv mit auch drum. Ja. Wo das möglich ist. Darum übernehme ich einfach mal hier oben die Bäumchen. Sobald ich immer kann. Kann ich schon mal ablegen. Weil wir Bananen jetzt noch reinbekommen und Bananen-Sahen. Ja. Es gibt halt Pflanzen, da kriegst du nur einen Samen raus. Und hier, ähm, hier mal, ähm, Samen. Ja. Und dann gibt's das auch nochmal, dass du halt ziemlich viele Samen rausbekommst und wenig Samen. Äh, wenig Bananen. So ist es auf jeden Fall bei den Bananas. Die Bananen. Das kann gut möglich sein, ja. Packen wir mal weg. Fokusnuss haben wir auch schon wieder ein Sekt voll. Das läuft doch. So. Dann haben wir noch Samen für unten. Die Wassermelonen muss ich nur abhauen. Lager-System. Also auf jeden Fall haben wir genügend zu essen dabei. Ja. Ist doch noch besser. Meiner Meinung nach. Unseren Koch fehlt es an nichts. Silberalgen. Uns fehlen Silberalgen. Ja. Und auch bald Spriet. Ja, wie sieht's da aus? Voll, voll. Also die Tanks sind voll. Aber unsere... Gerade voll gemacht. Unsere Reserven sind weg. Ich hab mich gerade voll gemacht. Ja. Unsere Reserven sind ja weg. Oh. Musst du allein jetzt anscheinend eine ganze Ebene nur für Dings machen. Kraftstoff? Ja, wo du hier Kartoffeln und Rüben und so ein Kram anpflanzen tust. Die du denn da permanent durchfeuerst. Die Wassermelonen, die du unten bekommst, die kriegst du immer nach oben, ne? Ja. Ja. Ich wollte die Kiste noch voll machen und dann... würde ich die denn nämlich auch mit verwerten. Ich meine nämlich, die machen ziemlich viel aus dabei. Ja, ich weiß, aber... Erst wenn voll ist, würde ich das gerne machen. Einmal da hin. Zack. So. Einmal die Samen da weg. Die kommt zur Hinser an. Ja. Hab's gerade gemerkt. Ja, nicht nur du. Das kommt, wenn man... ...von Ramm her... ...Mändesvoraussetzungen momentan, glaube ich, hat. Ja, hattest du die Bienen eigentlich hier mit runtergebracht? Die musst du hier noch craften. Ich sag, du musst da eben... ...Sachen noch zusammensuchen. Ich dachte, du hättest die hier unten reingelegt, dann hätt ich's ja auch machen können. Ach so. Hatten wir noch Bienen unten? Ja. Oder wolltest du dich drum kümmern, dann werfe ich die eben da rein. Wenn ich die da reinwerfen, würdest du es da rein? Mach ich das gleich. Ja, einmal können wir machen, ne? Ja. Einmal können wir nur. So, reicht ja. Erstmal. Einmal mehr als... ...sonst. Geh mal eben das noch rein. Können wir ja ein bisschen noch nebenbei verwerten. Komm auf der Insel. Oder wir sind gleich bei der Insel. Oh, auf jeden Fall gleich ein Auge nach hinten. Ja. Finger rückwärts ein paar. So. Gehen wir mal hart. Muss sagen, wenn ich gucken soll. Ja. Ähm. Und zwar... Guck mal hier jetzt nach, wenn ich rückwärts rein eier. Passt das so, oder? Muss ich noch korrigieren. Nö, passt. Perfekt. Haben wir das hier auch gleich? Ich glaube, sogar Schätze können wir gleich nochmal sammeln, ihr. So, werf mal Anker. Ja. Tuck, 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 tuck. Bis der raus ist, ne? Mhm. So, das haben wir. Warten wir mal eben ein bisschen... ...bis es heller wird. ...bis es heller wird. Hier hinten noch eine Ecke, die Mainer her. Und... ...bis es heller wird. Und... ...bis es heller wird. Und... ...bis es heller wird. Dann kann ich nämlich ein bisschen besser steuern. ...bis es heller wird. Ähm... ...negel mal im Ablegen. Wir wollen ja auch unser Inventar mal so leer wie möglich haben. Dafür haben wir ja auch das Lagersystem. Ja. Und da wir ja jetzt auch die Schraubfresse haben, können wir auch immer wieder Sachen, die wir nicht benötigen, wegpressen. Ja. Nehmen wir uns natürlich auch noch was zu essen mit. Und natürlich habe ich hier auch noch Kartoffeln. Ein Inventar durch Kisten. Die werfen wir jetzt hier rein für Biokraftstoff mal. Wir müssen irgendwie wieder gucken, dass wir das gefüllt bekommen. In Not habe ich mir schon überlegt. Und jetzt bauen wir links und rechts hinter den Treppen die so, 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 ähm, Setzplätze für, keine Ahnung, für Wassermelonen oder so. Weil Wassermelonen ja ziemlich schnell es eigentlich vorantreibt, das Ganze. Oder hochzieht. Für die da so hinter, äh, langlaufen lassen. Auf beiden Seiten. Oder eine Seite halt Wassermelonen, die andere Seite Ananas. Ich glaube nicht, dass wir so viel Samen haben. Von Wasser, äh, Samen. Äh. Werden wir nicht tun. Nicht? Werden wir nicht tun. Wieso nicht? Weil wir irgendwann gar nichts mehr haben werden. Weil die Kackdinger zu wenig Samen geben. Darum lohnt sich das null mit den Dingern. Ja, dann mit Kartoffeln. Links, rechts. Das ja, aber nicht mit denen. Weil da kriegst du einfach zu wenig Saatgut bei rum. Ja, ich wollte aber jetzt auf die Insel. Oder, oder machen wir das in der nächsten Folge. Kommen wir auch. Mh. Machen wir, machen wir das in der nächsten Folge gleich. Ähm. Ich würde erstmal, bevor wir jetzt da rüber gehen, oder noch in dieser Folge, wollte ich eine Sache ablegen. Und zwar, das nennt sich Glas. Nämlich Glas in der Inventar. Ja. Ja, aber ich glaub, das machen wir so, dass wir links und rechts Kartoffeln da anpflanzen. Oder, äh, eine Seite rüben, eine Seite Kartoffeln. Und, ja, dann haben wir eigentlich genügend auch. Ein Lebensmittel. Oder besser gesagt, halt für unten, für den Reaktor. Ja. Wäre meine Idee. Ähm, so. Das da können wir mal eben ablegen. Nimm den Netzwerfer mit, ne? Auf die Insel. Gut. Dann würde ich sagen, das soll's für diese... Nun soll's es ja geben. Ja. Das soll's für diese Folge auf jeden Fall gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschü, tschü. Vielen Dank.